Ich bin ein Waldläufer. Wie wir wurden, wer wir waren. Die Saga der Waldläufer. Autorin und Vorleserin Teres Schneider. Initiationsrieten oder Reifeweilen. Die Zeugung. Ein bis vier Monate vor der Zeugung. Das verheiratete Paar, welches sich nach der Wanderzeit sesshaft gemacht hat, geht zu einem geweihten Kraftplatz außerhalb des Dorfes am Dorfrand. In der Regel liegt dieser Platz unweit des Platzes, auf dem die Toten zur Feuerbestattung aufgebahrt und dann auch verbrannt werden. Das Paar erklärt feierlich die Bereitschaft, eine Seele zu empfangen, zu nähren und in Liebe aufzuziehen. Sie bitten die große Mutter und den Geist des Waldes, Mutter Erde und Vater Himmel, die Waldgeister, die Wesenhaften und die Ahnen um Schutz und Geleit für diese Aufgabe. Sie legen Blumen und Kräuter an den Ort und sprechen bei einem kleinen Räucherfeuer ihre Gebete und Wünsche aus. Entweder tun sie dies für sich allein oder sie haben eine Dorfälteste oder eine freie Frau als Zeremoniemeisterin dabei. Den künftigen Eltern ist bewusst, dass das Seelenleben des ersehnten Kindes bereits in der Schwangerschaft beginnt. Das Paar verbindet sich in großer Liebe und tiefem Einverständnis. Oft wissen sie, ob ihre Begegnung zu einer Empfängnis geführt hat. Sie sprechen nicht darüber, denn man möchte die Seele des Kindes nicht durch Worte vertreiben. Mit Spannung warten beide auf die ausbleibende Blutung der Frau. Es ist die künftige Mutter, die entscheidet, wann und wie sie dem Vater von der Schwangerschaft berichtet. Je verbundener der Mann dem Weib ist, desto mehr spürt er ihre Veränderung. Die meisten Väter wissen sehr genau, wann ihr Weib empfangen hat und ob sie schwanger ist. Viele Frauen legen Blumen, Kräuter oder kleine Gegenstände aus Dankbarkeit an dem geweihten Platz nieder, sobald sie sich sicher sind, dass sie ein Kind erwarten. Das ist dann meistens auch der Zeitpunkt, an dem sie dem künftigen Vater von ihrer Schwangerschaft berichtet. Ich bin ein Waldläufer. Ich bin ein Waldläufer. Ich bin ein Waldläufer. Vielen Dank.